Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblog. Ich bin jetzt unterwegs zum Meer. Ich bin gerade hier downstairs. Ich habe hier einen Schnorchel dabei und will heute schnorcheln gehen. Und damit werde ich natürlich schwimmen, ist ja klar. Und das ist heute mein Sport. Ich hoffe, es bringt mir was. Es liht mal ein Tier. Ich weiß, es geht mir. Ich bin unter anderem der Dunkelsitzel. Ich habe das Tier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, ich war jetzt etwa 50 Minuten schnorcheln, sprich schwimmen im Meer. War ganz nett. Ich habe hier die Wassercam dabei gehabt und das Schnorchelding hier, die Brille. Aber ich muss sagen, war nicht so mein Sport. Habe ich mal ausprobiert. Mache ich nicht nochmal. Es geht zwar in die Arme und es ist wirklich anstrengend auch mit der Zeit. Aber irgendwie macht es keinen Spaß. Das war Schnorcheln in Kroatien bei meinem Sportvlog. Ich mache was anderes das nächste Mal. Untertitelung. BR 2018